überreden dass sie sich ein charakter anlegt also komm mir schon wieder nicht hoch komm schon wieder nicht hoch warte brauchst du brauchst den tritt mein freund warte ich gleich alter ich tritt dich gleich kollega warte ja oder so wir müssen ja auch so eine coolen boot holen irgendwo her ich weiß nicht vielleicht krieg ich noch mal die ip ran ich hab die nämlich weil terraria ist irgendwann habe ich aus Versehen mal gelöscht gehabt und so echt jetzt ja ja aber ich hatte doch das backup in der radar teile aber ich auch die ganze charaktere und so noch so vielleicht krieg ich halt noch mal die ip ja sind wir wenigstens gleichgestellt bitch oh fuck damit geht es ja gar nicht ist hier irgendwie eine neue mucke drin oder so ne irgendwie nicht dieses kommt mir voll neu vor ich glaub du hörst einfach was mal genauer hin weil du mehr ruhe hast als sonst weil du nicht immer gleich abkackst nein 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 ich meine es nicht böse aber sonst haben wir jedoch immer viel mehr zu tun gehabt also ich bin erstaunt dass hier weniger monster jetzt sind in der welt ja vielleicht ja vielleicht lass mich raten bei dir sind bestimmt alle war ich lockste alle an und bei dir sind sie ne das geht schon ist alles cool bam psch oh verdammt haha da ist der mit den mit den mit den super schoes alter ja die werde ich mir aber auch noch mal irgendwie also wenn wir eine truhe haben ich glaube da werde ich die mir auf jeden fall zu legen weil ich habe noch einen platz frei ah warte ah warte oh ich höre einen wurm warte mal warte mal ja ich auch da ist er ich sehe ihn warum siehst du den schon wieder ja der war rechts äh kommt noch einer ne ne doch doch hä ich höre keinen wurm stuf ok ich höre gerade oh nein nein alter lass dit also ich möchte bloß gesagt haben hier hüten hier drüben ist schon ich komme marcy alter wow luftangreif hier potzen ok na los mann ey mit dem grappling hook ist aber auch gewöhnungsbedürftig ne wichse boah irgendwie spackt grad mein internet richtig rum warum das eine mal bist du hinter mir das andere mal bist du vor mir oh hier sind wir ja alter wie weit sind wir denn nach rechts gelaufen achso du brauchst ja entschuldigung ich werde mal für die zukunft sowas hier hin bauen ja ich weiss ja nicht wie lange du Zeit hast oder Bock hast irgendwas aufzunehmen dann können wir ja von mir aus gleich noch mit äh minecraft starten nein hinein ja aber erst müssen wir aber noch keine ahnung so ich weiß nicht wie lange ich hab mein iphone gar nicht ausgemacht Ich auch nicht, aber ich bin erstaunt, dass der jetzt noch nicht mal Ja, das macht Das macht es aber in letzter Zeit Irgendwie weniger So, wer ist jetzt hier gekommen Von den Opfers Ach da oben, hier Grünhaar Was kann die denn so? Geschäft, was hat die denn? Also sie hat Eine Dreckrute, sie hat eine Eichel Ich Wir haben ein G-Mail im Haus Okay Saft Sonnblume, dann Grassaat Und Reinigungspulver Oh man, kannst du mal loslassen Also das Führerchen Brauchen wir hier gar nicht im Haushalt Ne Ich glaube aber links, weiter links hatten wir Unser Dingens Weiter links hatten wir unser Dingens Rischer Rapper Alter Vögel Oh Was willst du jetzt weiter links? Ja da hatten wir doch Hatten wir Hatten wir hier das nicht hochgebaut? Ne, ich glaube nicht Wir hatten doch hier hochgebaut Irgendwo Können wir hier einfach mal hochbauen Hier wolltest du jetzt hochbauen? Äh, ja Dann mach ich das mal mit meiner Super Ach ne, ich muss ja die 5 nehmen Wiesse, was, das machst du jetzt? Ich geb dir einfach mal das Ganze zu Holz Weil ich kann sogar so nix gut nicht machen Ich bin nämlich V Na, warum haben wir uns denn nicht leer gemacht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Maffel Na gut, dann gehen wir nochmal zurück Und machen wir uns erstmal leer WIEEEE Nächster machen wir uns erstmal leer An der, äh, an der Grünhaar Wie hieß die nochmal? Wichser? Ach, willst du verkaufen oder was an sie? Watt, bis, klopp Leermachen, hast du, raffst du das nicht? Was ich damit sagen will Let's Play ist zu 3% verderbt Ich streng dich mir an Hä? Okay Wie? Achso, die Welt heißt der so Achso Ich hab' ich gerade gewundert Hä, was will denn sie jetzt mit Let's Play? Woher weiß sie denn das jetzt, die Blöde? Guck mal, ey, was labert der? Äh, Zwenke, Healing Potion Ja, Bombe Ja, so 76 Lebenskristalle mach ich mal noch hier rein Ich nimm mal die Bomben mit, ne Brauchen wir doch nicht mehr Ich hab' doch eine Albtraumspitzhacke Wir können abbauen Guck mal, da ist ein roter Hase Da ist ein Zombiehase Hä? Was? Ein Wurmzahn Da ist ein Zombiehase Weiß, es gibt jetzt auch Zombiehasen Ich wollte gerade sagen, kannst du die mal bitte nicht hier reinlassen? Was soll denn das? Äh, Healing Potion Euch sind, komm mal hier rein Das ist ja auch nicht gut für so eine kleine Krankenschwester, ne? Die Schuriken Äh, hier die Tagsblume brauch ich nicht Steinblock brauch ich auch nicht Äh, was ist das? Glowing Shroom Jolt Fische Ein Grabstein Kann, kann Ein Rumpen Chunk Ja, schön Ein zerfetzter Stoff Könnt man behalten Eine Granate Ich hab noch Sticky Bomben Okay, die Life Alter, wieso? Oh, diese blöde Vieh Jetzt lädt die ganzen Zombies da unten rein Die ist ja auch Banane eigentlich Die muss mal wieder richtig genommen werden Abruf dein Zimmer, Fräulein Konnten wir hier nicht auch irgendwie schlafen, damit's Tag wird oder so? Nee Minecraft nennt man sowas Woran du denkst, aber wir können den trotzdem mal mit Rechtsklick drauf, damit wir ein Spawn 9 Spawn Ja, Spawn 9 Spawn Wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen Wollte ich gerade sagen Warum hat der Zombie ein Zylinder auf? Weil der geil ist Das ist ein bisschen kräftig, der Arsch, wa? Alter Der hat 200 So, jetzt reicht es mir, dass die die ganze Zeit die Tür offen zumacht, ey Blöde Kuh Tür zu, Fotze So, 6 Kannst du da mal weggehen So Komm schon nicht rein Die können übrigens auch die Türen aufmachen, die mit dem Zylinder drauf Ich weiß, also ich geh jetzt hier raus Hier haben wir den Ausgang Schnell, schnell Ja, ich hab schon noch leid Kotz nicht Wann dat jetzt? Also bauen wir uns jetzt hoch, ja Wir gucken, ob wir eine Insel finden Boah, Alter, ey Hier sind vielleicht nicht mehr diese Keime, oder wie das Ding heißt, ja Aber dafür sind viel mehr Zombies für dich Ah, das geht ja richtig ab, ne Wahrscheinlich, weil du hier, ne Hier deine Pussy-Rüstung hast Ey, guck mal, es ist auch roter Mond übrigens Fällt mir gerade auf Ach ja, stimmt Aber steht nirgends was davon Kann man im Chat nachgucken? Gibt's Wie war das nochmal mit dem Chat? Tee? Wie Tee? Nein Äh Wie kann man denn nochmal chatten? Ähm Eingabetasse Ach ja Ach doch, da steht Blood Moon Rising Oh Haben wir alle Türen zugemacht? Warte mal, ich geh mal eben gucken Äh Geh's gar nicht Aber klar, dass mir alle hinterher kommen Ach, und das ist ja wahrscheinlich auch dieses E-Scan Ja, doch, sind aber alle Türen, denke ich, zu Kieken wir eben gerade hier so ein Einzige, was man vielleicht noch machen sollte, wäre So, das Puff, öffnen Boah, jetzt kommen die ja alle auf mich zu, oder was? So, machen wir hier mal eine Wand So, zack Man, ey Boah, kacke, alter, kacke, kacke, kacke Ich hab voll den Scheiß gebaut, mein Freund Warum? Hörst du das nicht? Ja, aber Hey, aber ich lebe Ja, das ist kein Wunder, dass du lebst Mit deiner Scheißausrüstung da Scheißausrüstung? Was heißt denn Scheißausrüstung? Soll ich mal meine Ausrüstung weg? Pass auf Dann kommt der mit so einer Mongo Ausrüstung an So Jetzt Flammt der auch noch